Hallo und herzlich willkommen zurück bei MTT Pod und zwar im Spiel Wario World. Lassen wir das Super Mario Land 3 mal weg. Ich mein, das ist eh unwichtig. So, wir starten mit dem nächsten Level. Kurs 12 von 40. Ich glaube wir kommen so in, ja, vielleicht 20, 24 Parts, irgendwie sowas. Werden wir wahrscheinlich brauchen für dieses LP. Okay, schätze ich mal. Ganz genau kann ich euch natürlich nicht sagen, wie lange wir brauchen werden. Kann sein, dass ich hätte auf die Eule drauf gehen müssen. Da ist sie wieder, da ist sie wieder. Geh mal weg. Ich wollte dich nicht umbringen. Ehrlich. Warte mal, wir gehen nochmal raus und nochmal rein. Vielleicht muss ich ganz schnell hoch und auf sie drauf. Vielleicht bringt sie mich irgendwo hin. Mist. Nein. Ich kann sie nur töten. Sonst kann man mit der nichts machen. Gut. Das muss man natürlich auch wissen. Hehe. Was ist denn das für ein Gegner? Die ist überhaupt nicht schwer. Hey, wie komme ich denn da unten hin? Ah. Okay. Na ja, gut. Ob sich das jetzt gelohnt hat, für einen Flammenwerfer da runter zu gehen und das Leben zu riskieren. Gut. Kann man abwägen. Wow. Ähm. Das war knapp, würde ich sagen. Ich denke, so kann man es sagen. Was war das nochmal? Das war der Stier, oder? Wechsel wir mal dazu. Bam. Kann ich wieder Stampfattacken machen? Jetzt bin ich ja ein starker, starker Typ. Bam. 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 Haha. Ach du Scheiße. Wie komme ich denn da hin? So. Ja. Da muss man nur mitdenken. Sich überlegen. Hm. Wie kann ich denn da rüberkommen, ohne dass, äh, das und das passiert? Was ist das für ein Gegner? Der, der backt da oben ziemlich rum. Kann das sein? Ah. Wie, wie ein Buhu. Ja gut. War jetzt keine besondere Herausforderung. Diese Blöcke, die verschwinden, sind echt fies. Warte mal. Können wir uns doch da dranhängen, oder? Tatsache, ey. Können wir uns echt mit unserem Horn einfach irgendwo dranhängen. Dann müssen wir nur nach oben drücken. Das ist also die Fähigkeit damit. Voll interessant. So. Zack. Auch besiegt. Hier können wir jetzt wieder wechseln. Zu gar nichts. Haha. Tot. Bam. Wow. Diese Erdbeben-Attacke ist echt nützlich. Beziehungsweise Fähigkeit. Bam. Tschüss. Du Gegner. Bam. Oh, die haben ja Boomerang. Boomerang, rang, rang. Und tschüss. So, das war auch wieder nicht schwer. Malgemein kommt man hier anscheinend recht einfach durch. Und er steht in der Luft. Und er steht in der Luft. Ich werde verrückt. Er steht einfach in der Luft. Was ist das? Ist das ein UFO? Ach, das ist ein Tee-Kessel. Oder wie? Null. Ja. Ja. Wie gesagt, äh, die... Nicht wie gesagt, sondern die, ähm... Dame, die das... Die goldene Statue haben soll, heißt ja hier, ähm, Captain Sirup, ne? Die heißt eigentlich, ja. Ach, das Level oben hat sich jetzt verändert. Ähm, die heißt ja eigentlich Captain Candice heutzutage. Und, äh, Peach heisst ja auch hier, äh, anders. Und zwar Todstool. Auch der alte Name. Die Charaktere haben hier alle einen alten Namen noch. Bis auf den lieben Mario. Der hieß ja schon immer altmodisch. Oh mein Gott. Warte mal. Anders finde ich nochmal wiederkommen. Ja, danke. Bam! Bam! Klappt nicht. Ich kann es nicht töten. Dann kann ich ihm aber ausweichen. Diese Möglichkeit bleibt mir natürlich immer mal wieder. Könntest du weggehen? Haha. Einfach mal besiegt. Einfach mal besiegt. Ich habe übrigens festgestellt, dass man in Mario spielen... Auch... Mist. Anders, ähm... Lol. Anders schwimmen kann als nur AAAA SPAM. Es geht auch anders. Aber, das kann ich euch ja mal einem Mario-Let's Play dann zeigen. Ach du Scheiße. Wie kommen wir denn da durch? Wahrscheinlich mit dem Flammen-Ding, ne? Und wie kann man das kaputt machen hier? Kann man das auch nur kaputt brennen? Ich weiß es gar nicht. Wieder in der Münze. Wunderbar. Stammverdecke können wir nicht machen. Ja gut. Ja gut. Habe ich gesagt, ich will das haben? Ich will das sogar haben. Und ich habe es sogar. So. Bam! Ne. Komm ich nicht dran. Boah, war das knapp. Verdammte Axt. Diese blöden, komischen Seepferdchen. Die sind echt verdammt starke Gegner. Wario, worauf hast du dich hier eingelassen? Wer hat dich dazu überredet? Hättest du nicht eingehen sollen? Hättest du nicht machen sollen? Ne Spaß, er ist ja aus eigenem Interesse hier. Weil er ja Kohle braucht. Um sich ein neues Zuhause zu gönnen. Wer weiß, was es am Endeffekt wird. Vielleicht kriegt er auch ein Schloss. wie Mario es hat. Er will ja Mario sein Schloss in den Schatten stellen mit seinem, mit seiner Behausung. Aber ob das klappt? Hm. Bin ich mal gespannt. Sollte ich da runter? Bin mir grad nicht sicher. Es könnte schrecklich enden. Aber es hat gut geendet. Hm. Okay. Oh mein Gott. Schnell, schnell, schnell. Wo hab ich mich hier hing... Wo bin ich nur hingegangen? Scheiße. Oh mein Gott. Hoch. 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 Wo lang jetzt? Hier lang? Ich weiß es nicht. Oh Gott, 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 oh Gott. ja gut konnte ich wissen konnte ich nicht wissen was als kleiner ich glaube ich muss hier von unten treffen kann das sein das war so ein kleiner sumo ringer lol lustig gut dann das level noch mal schaffen wir wohl wenn wir noch gar nicht alles erkundet gehabt gehen die eine tür rein und zack sofort sterben ist natürlich auch klug ach man jetzt gerade läuft es nicht so gut es könnte echt besser laufen ja cool werfen wir meinen eigenen gegner da unten hin sehr geil aber hier irgendwo müsste ich ja wieder den schönen fliegelings bekommen hier konnte man hoch konnte mein herz bekommen diese schönen 8-bit geräusche die sind einfach wunderschön manche leute bekommen davon ohrenkrebs und ich liebe es einfach so hier war das oder ich glaube hier bekam ich das ja okay dann nochmal ich bin mir irgendwie grad unsicher ob ich das level erst nochmal richtig beenden soll weil das zwar irgendwie eine abkürzung oder so war ja wohl nicht das richtige ende egal den lassen wir mal da das ding brauchen wir auch nicht man kann ja auch hier rein ich gucke erst mal noch was hier ist ja bitte seid mir da nicht böse noch mal gegner scharen leitern und leitern 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 ah gut geht es ja gar nicht weiter sagt doch alles klar ja da müssen wir wohl da lang was ist das hier safety first ne warte mal das war ja nur der speicherpunkt ne das heißt jetzt können wir da unten hingehen und dann hoffentlich als großer 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 vario nochmal gegen diesen jetzt wird er uns natürlich überhaupt nicht gefährlich was ist das nochmal ist das der scheiße ist nicht der flug dings ja gut vielleicht hilft er uns ja beim besiegen des bosses wäre ja schon irgendwie schön oder und ja er hilft uns definitiv das ist ja lustig nein bestimmt nicht ach müssen wir den packen ach so wir müssen den runter werfen wer kann denn da mit rechnen was ist da im hintergrund sind das schweine an der wand oder was soll das sein da hinten auf den stein da war irgendwas eingemeißelt läuft bei uns next boss gecleared okay schön schon 1000 punkte moment ich mach mal was jetzt habt ihr keine musik ich hoffe das war nicht so schlimm für euch dass ihr diese musik nicht hattet so jetzt aber nochmal eben ich muss ja auch immer gucken dass wir gut vorankommen und dass ich euch die namen der bosse sage und ich wollte mal eben gucken wie der boss hieß der hieß äh biefne 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 hieß der biefne 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 so sind wir gerade gestorben oder warum oh ja ich war gestorben okay das war natürlich blöd und unnötig geht bloß weg Gegner das ist doch nicht wahr ach dieser Arsch äh Entschuldigung hab ich natürlich nicht gesagt so nochmal weiter zack jetzt renn Wario renn Wario ach echt jetzt ich hab ja schon wieder mein eigenes Graf gesch- greif geschaufelt ich werd verrückt wie viele leben will ich da noch verlieren dieser kleine Arsch boah wie schnell muss man hinter sein really alter das geht doch nicht boah wenn das jetzt nicht klappt dann hole ich mir als erstes äh dieses wie heißt es Jetpack Ding das kann ich ja nicht angehen man da so schnell sein muss wie man gar nicht sein kann oder so oh mein Gott ich muss ja zurück oh mein Gott ich muss zurück weiter 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 weiter, 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 weiter... Das hab ich verkackt, oder? Oh mein Gott, oh mein Gott! NEIN! Egal, geh weiter! jetzt kann ich natürlich nicht mehr rennen aber vielleicht schaffe ich es trotzdem oh mein gott ja ich hab's geschafft ich hab's geschafft ich hab's geschafft oh mein gott ja hoch oder runter kommt jetzt immer noch die lava ich hoffe nicht ich hab kein schlüssel ich habe kein schlüssel die musik ist cool okay geschafft aber wo war der schlüssel wow krass das war krass es gibt da aber etwas verstecktes also es gibt da irgendwie eine schatzkammer oder so da muss ich noch mal reingehen ich versuche das jetzt noch mal schnell dran zu hängen also bis gleich das ist nicht wahr so langsam wie ich bin jetzt hat mich die lava ach dein ernst warum und war ich schon wieder zu langsam ich krieg die krise bei diesem spiel oh mein gott oh mein gott aber gerade aber gerade schaffe ich jetzt schaffe ich jetzt oh mein gott hat sich geschafft so war das eine arbeit mit dem schlüssel hier hinzukommen ich werde verrückt echt boah scheiße leute bestimmt jetzt sechs minuten gebraucht dafür das hinzubekommen diesen schatz zu kriegen in diesem level boah krass das war echt heftig das war echt heftig und wir haben drei stück ausgelassen wir werden noch gucken müssen wir werden gucken müssen aber das war es erstmal für diesen part ich hoffe er hat euch gefallen und bis zum nächsten mal lassen wir weiter und der kommentar würde mich auch freuen